Auch in diesem Jahr wollen die Nazis wieder durch Dresden laufen und die Stadt zum Schauplatz für den größten Nazi-Aufmarsch Europas machen. Sie wollen ihre menschenverachtende, rassistische und geschichtsrevisionistische Ideologie auf die Straße tragen. Und deswegen wollen auch wir in diesem Jahr den Nazi-Aufmarsch wieder verhindern. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Initiativen hat sich zusammengefunden, um den Nazi-Aufmarsch auch in diesem Jahr zu blockieren. Auch die Linke ist mit dabei, wenn es darum geht, den Nazis nicht die Straße zu überlassen. Wir sind mit dabei und wir leisten ganz praktische Hilfe, zum Beispiel mit diesem Sitzkissen, wenn es darum geht, den Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und wir müssen mehr werden. Deswegen, jeder der letztes Jahr schon mit dabei war, bringt in diesem Jahr mindestens zwei Freunde mit. Dann werden wir mehr und gemeinsam können wir den Nazi-Aufmarsch stoppen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017